Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa uftul salati wa tamu taslim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma alimna ma yanfa'una wa amfa'na bima alamtana wa sitna ilman ya akramil akramin Allah, wir bitten dich um Wissen und Wissen, was nützlich ist und lasse es uns nützlich sein. Amin. Nachdem wir den Fetha gelernt haben, den Kesra und dann den Wau und dann die Verlängerung zum Elif oder zum Fetha und die Verlängerung zum Kesra werden wir jetzt die Verlängerung zum Wau oder zum Damma kriegen. Und der ist dann immer blau fürs Erste. Das bedeutet hier beim Ersten zum Beispiel haben wir A'udhu Wir lesen ganz normal A und dann den A'in, weil er Damma hat, U Wir verlängern ihn, weil danach ein Wau ist, A'udhu Und dann nachher den Zal A'udhu A'udhu Genau Und genauso werden wir immer mit allen Wörtern weitermachen. Versuch du mal jetzt Okay Und dann nachher gehst du zum Buchstaben nach dem Elif. Mäh 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 Was ist das für ein Buchstaben nach dem Blauen? Der letzte Buchstabe Der Die zwei Punkte unten ist der letzte Buchstaben im Alphabet. Ha, Waw, Lam, Elif. Nicht, das meinte ich nicht eins davor. Da oben ist ja der Kringel bei dem Buchstaben. Okay. Was kommt nach Ha? Del? Del, genau. Okay. Ja, da, ja, du, ja, du, ja, du, 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 ja, du, ru, ja, du, ru, va. No, ja, du, ru. Waw. Du, ru. Okay. Okay. Es ist wichtig, wenn du irgendwie etwas nicht verstehst, wenn ich etwas erkläre, dass du sofort fragst, damit ich dir helfen kann und damit ich weiß, wo deine Probleme sind, okay? Okay. Also, jetzt weißt du, warum wir Ma-Yaduru gesagt haben und nicht was anderes? Nein, nein. Ich verstehe es einfach nicht. Okay, wo genau? Bei welchem Buchstaben? Ich weiß einfach nicht, dass ich das mit der Verlängerung generell. Okay. Aber jetzt alle Verlängerungen, die wir gemacht haben, hast du verstanden, oder? Ja, die schon. Okay. Hier ist es genau das Gleiche. Ma-Yaduru. Jetzt, damit ich, also ich glaube, ich weiß den Fehler bei dir. Jetzt stell dir vor, der Wow wäre nicht da. Was wäre der Unterschied? Ma-Yaduru. Anstatt Yaduru sagen wir Yaduru. Verstanden? Ja, ich verstehe. Okay. Dann gehen wir zum nächsten Wort. Okay. Ja, 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 so, jesu, 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 wo, jesu, wo. Den Wow liest du nicht. Du liest den langen Strich da. Ist das ein Elif oder ein Lamm? Ein Elif. Ein Elif trennt sich. Verbindet sich nicht. Das ist ein Lamm. Genau. Lamm. Den Damm, den sieht man nicht ganz genau, weil manchmal hat man so eine Macke, deswegen konnte man den Wow nicht richtig beschreiben. Das ist ein Damm. Sorry. Ein Damm. Über den Lärm gibt es einen Damm. Kein Strich. Okay. Er schreibt Lamm. Luh. 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 Genau. Ja, so, Luh, ne. Okay, wir gehen zum nächsten Wort. Okay. Ich sehe nicht mehr. 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 Nächstes Wort. Okay. Ja. Ja. Was sind das da für Buchstaben? Was kommt danach? Kav. Genau. Und der danach ist Fadimukav, was ich gerade gesagt habe. Fah. Genau. Okay. Okay, was ich fast noch? Ja. Ja. Kav. Ja. Fuh. Ja. Fuh. Na. Genau. Ja, ich habe ihn schon, oder? Nächste, was? Okay. Na? Mhm. Na? Hu? Mhm. Na, hu? Na, hu? Sa? Das oder das B? Das. Das. Na'u-zu. A'in. A'i. A'u. Na'u-zu. Next is what? Na. Mm-hmm. Na'iya. 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 So'r. Zo'. Mm-hmm. Zu. Zo. Zo. Okay now. Ma'ya Zu-ru. Next is what? Ja, ja, so, nicht so, sondern zwei Punkte. Zwei Punkte? Ah ja, zwei Punkte. Ich habe jetzt da rumgeguckt. Ja, ja, genau, richtig. Nächstes Wort. Okay. Genau, naziruna. Nächstes Wort. Ja, lesen wir nicht, der hat kein Zeichen. Okay. U-ti-ti-ti-ti-na. U-ti-na. Genau, richtig. U-ti-na. Nächstes Wort. Okay. Ja. Mhm. Ja. Fuh. Der zwei Punkte. Ja. Ke. Bummer. Kuh. Ja. 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 Kuh. Was ist dein letztes Buchstabe noch mal? Ich bin einfach vergessen. Gaf, kaf, lam. Oh Mann. Gaf, lam. Okay, lam. Ein lam? Genau. Okay. Lu. Genau. Ja, kuh, lu. Nächstes Wort. Okay. Bäh. Okay, bäh. Bäh, ja. Bäh, ja. Bäh, ja, du. Nicht du, oder? Bäh, ja, du. We are at kein Punkt. Su. Mm-hmm. Ja, so. Oh. Ma, ja, su. What? Okay. Und versuchen wir den Rauf ein bisschen leichter zu machen. Super. Nächstes Wort. Ich weiß nicht, was ich wollte. Ra. 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 Nicht Ra. Rein ist was anderes und Rein ist was anderes. Ra. Genau. Ra. 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 Na. Na. Genau, habiduna. Nächstes Wort. Ka. Bummer. Kuu. Ja. Kuu. 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 Nur. haben einen bomb oder ein zeschen Okay. Nächstes Wort. Okay. Ja. Ja-su-na. Ja-su-na. Ja-su-na oder Ja-souni. Ja-su-na. Na, äh, nu. Nu, richtig. What? Okay. Ja, Jesu, Jesu, mu, Jesu, mu, na. Genau. Richtig. Jetzt gehen wir zum nächsten. Okay. Ja, ja, kuh, kuh, ja, kuh, luna. Versuch, den Rauf ein bisschen leichter zu machen. Ja, kuh. Das kommt immer noch wie ein K raus. Das muss wie ein G rauskommen. Oder so ähnlich. Genau. Ja, ja. Ja, du, lu, lu, na. You know. Ja, 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 mi, na, Ah, das ist ein Lernen, ich dachte, es ist ein Lernen, ich dachte, es ist ein Lernen, okay, nächstes Wort. Okay, Kuh, 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 Nuh, Kuh, Nuh, Kuh, Nuh, Kuh, Nuh. Kuh, Nuh, nächstes Wort. Okay, ich weiß nicht, was das Tipel rausgeht. Okay, jetzt noch. Jakuna oder Jakuni? Kuh. Jaku, der letzte Buchstabe? Kuh, ne, nu. Nu, genau, Jakunu. Richtig. Nächstes Wort? Okay. Ja, sind die Punkte oben oder unten? Aha. Tessu, Tessu, Mi, Muna. Genau, Tessu, Muna. Nächstes Wort? Okay. Tessu, 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 Muna. Naja. Warte mal richtig, du hast da was ausgelassen in der Mitte. Tessu, Tessu. Tessu, 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 Muna. Genau, super. Jala oder Jalu? Jali. Genau, richtig. Jali. Jali. Ja. Nächste Wort. Okay … Tu… Nu. Tu. Nu. Nicht Nu, sondern... Bu. Er kommt bis unten, nicht oben. Ah ja. Ja, wieso hab ich das vergessen? Bu. Genau. Tu, Bu. Denkst du das Wort? Okay. Was ist das für ein... Was ist der erste Buchstabe? La. Das ist ein La im Elif. La. Der erste ist ein La und der andere ist ein Elif. La. Okay. La. 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 Ka. Ka. La. Ku. Ku. La. La oder Li. Lu. Lu. La. Ya. Ku. Lu. Sag nochmal. Ya. Ya. Ka. Lu. Nochmal. La. Ya. Ku. Lu. Ya. Ka. Lu. Als erstes la. Lam. La. La. Und dann? La. Ku. Lu. Ku. Lu. Ja. Genau. Hast du aber das Wort verstanden? Nein. Also ich meine, wie man das liest, hast du verstanden, warum man das liest? Ja, ja, ja. Also der Lameleif, wenn du durcheinander kommst, fängt der Elif an oder der Lame, wie vom Wort Lameleif, du fängst mit dem Lame an, das bedeutet, der erste ist Lame. Und dann schaust du, wo ein Zeichner ist. Hat es ein Fetha, Lame. Hat es ein Kesra, dann passiert, dann ist es Li. Hat es ein Sombra, was eigentlich nicht geht, Lu. Okay? Okay. Und dann nachher verlängern, weil der andere kein Zeichner hat, La, und dann Ja, Kulu. Nächstes Wort. Okay. Ja. 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 Genau. Richtig. Nächstes Wort. Okay. Ja, ja, hu, ja, hu, hu. Nicht hu, sondern ruh. Da kommt keine Luft draus. Ja, hu, ja, hu, ja, hu, du. Okay, nächstes Wort. Yes, 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 yes. Genau, richtig, nächstes Wort. Okay. Muh yi yu Mu yi 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 der im Mai. Die Punkte sind oben, nicht unten. Ich kann nicht weiter runter gehen, deswegen hier so. Was ist der letzte Wort? Okay. Der Buchstabe ist Lamele. Aber wir lesen ihn, jetzt gerade. La. La, genau, nur La. 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 Es gibt kein Ila. Vom Gott, wie ist Ila? Nein, ich habe mich einfach nur versprochen. La, ja. La, ja. Ke, ku, ku, ne. Na oder ni? Nu. Nu, genau. La, ja, ku, nu. Nächstes Wort. Also das letzte unten, ich kann nur nicht runter gehen, weil, da sind wir die Bearbeitung. Okay. Äh, das ist noch mal. Ta, ta. Ta, ta, hu. Ta, ta, hu. Ta, ta, hu. Ta, ta, hu. Na. Genau, super. Nächstes Wort. Nächstes Wort. Super, Nächstes Wort. Nächstes Wort. Nächstes Wort. Nächstes Wort. Nächstes Wort. Nächstes Wort.